UNTERTITELUNG Bunderempforschung Bunderempforschung Bedeutung Wir sind bewusstlos, andere haben das Gehörtraum an, es hat weitere verletzte Kopfverrätzungen. Wir haben jetzt die erste Nothilfe. Rauchen Sie nicht, wie man will? Können wir runter? Deiner Meinung nach? Also, gehen wir runter. Hallo? 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 Hast du genug Leute bei Ihnen? Haben Sie auch Alkohol? Haben Sie genug Leute bei Ihnen? Ja, muss ich mal. Ja, beziehungsweise mal runter. Möchtest du mal runter? Möchtest du mal runter? Können Sie nicht? Nein. Nein. Hallo? Schnellen! Hier! Hallo? Reicht! Reicht! Auf! Off! Das ist eine wahre Reihe. Haben wir ein Rettungsdienst? Hoi, hoi! Hoi, 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 hoi! Da sind die Menschen verletzten. Warte mal! Wenn wir dir die Läufe tragen, dann haben wir zwei, drei Rücken. Uli, wie viele Leute? Wie viele Leute? Ich brauche noch mehr Leute. Sehr gut. Wie viele? Ja! Wir haben noch eine Läufe. Wir sind in die Läufe. Wir sind in die Läufe. Das ist ein Auslager. Das ist ein Auslager. Das ist eine Auslagerung. Das ist eine Auslagerung. Ich habe mich immer auf einander. Wir sind eine Auslagerung. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. Musik 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 Musik